Willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Sunshine. Ich bin ein bisschen lost. Fransch ist übrigens nicht mehr dabei, es tut mir leid. Für alle, die ihn jetzt erwartet haben, bitte weint nicht. Ich bin trotzdem lost. Maximal lost. Und zwar, wir haben ja hier im letzten Part die 100 Münzen in Playa del Sol geholt. Und mir ist aufgefallen, wir haben hier nur eine geheime Schein. Woran das wohl liegt? Offensichtlich, zu eine Million Prozent, haben wir vergessen, die roten Münzen zu holen. Richtig behindert. Wirklich total dumm. Sorry, es tut mir echt leid. Ich weiß nicht, wie ich das verchecken konnte. Aber ich hab's halt vergessen. Ich weiß nicht, wieso. So, hier einmal freispielen die Scheiße. So, da rein. Aber wirklich, es tut mir leid. Maximal lost. Ich kann es mir nicht erklären, wie es passiert ist. Ich kann es mir einfach nicht erklären. Das war total dumm gewesen, aber... Ist halt so. Wie gesagt, wir haben hier die roten Münzen vergessen. Ja, passiert, würde ich sagen. Passiert. Das war nicht gut. So. Ich hab nämlich wirklich nochmal nachgeschaut und gedacht so... Hä? Sag mal... Wie offensichtlich ist das denn eigentlich? Warum hab ich denn die nicht geholt? So, what the fuck? Versteh ich nicht. Einfach wirklich komplett dumm. Komplett gefailt. So, hier oben. Einmal rein. Die Münze holen. Dann, what the fuck? Mario, bitte keine Scheiße bauen. Dann hier die Münze einmal holen. Hier hoch. Ja, aber ohne den Fail, bitte. Danke. Hier rüber. Und schon haben wir es. Denn das hier ist die letzte. Episch. So, mal hier chillen. Und so scheinen. Ging schnell und einfach. Ich weiß nicht, wieso ich sie vergessen hab. Es tut mir wirklich leid. Ich kann's mir nicht erklären. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Egal. Wir machen jetzt weiter in Paco Fortuna. Oder, naja, wir kümmern uns noch mal ein bisschen um die Oberwelt. Weil eigentlich wollte ich die ja schön in einem Rutsch so machen. Aber wir gucken noch mal ein bisschen hier nach. Weil, hier gibt's ja auch noch ein, zwei Scheins, die man holen kann. Und, oder halt blaue Münzen und so weiter und so fort. Und ich mein, die offensichtlichsten kann man jetzt mal endlich holen, oder? Die offensichtlichsten Sachen kann man doch endlich mal erledigen. Zum Beispiel, ihr seht ja, dass es hier, ja, Glockentürme gibt. Wir sind hier an einem. Und diese sind dreckig. Beziehungsweise die Glocken sind dreckig. Natürlich, was tun wir dann? Wir reinigen sie. Das wurde uns vom Spiel schon so oft eingebläucht. Das müssen wir machen. Um nämlich eine blaue Münze zu erhalten. Das heißt, wir springen hier mal hoch. Geht am besten mit der Turbodüse. Äh, nicht Turbodüse, Quatsch. Mit der, mit der... Ich hab den Namen vergessen von der scheiß Sprungdüse. Ihr wisst schon, was ich meine. Mit der roten Düse kommt die am besten hoch. Das dauert ziemlich, bis die sauber ist. Das ist ein bisschen nervig. Aber, das gibt uns dann eine blaue Münze. Was? Das gibt uns eine Schein. Okay, lol. Gibt uns keine blaue Münze, gibt uns eine Schein. Okay, episch. Dann leuchtet's hier auch wieder ein bisschen mehr. Und, wir haben hier eine wunderschöne Schein. Tatsächlich, ich glaube, es wird sogar ein bisschen heller dadurch, dass wir dann hier die Glockentürme reinigen. Es gibt nämlich noch einen auf der genau anderen Seite. Den machen wir auch gleich sauber. Und, die große Schein, die ihr hier im Intro auch sehen könnt, natürlich, die ist auch dreckig. Die muss auch gereinigt werden. Und wir haben natürlich jetzt wieder die falsche Düse. So, schön auf den Taut springen, so macht man das. So, sowieso, in der Oberwelt gibt's noch einige Geheimnisse, die wir noch nicht gelüftet haben. Das heißt also, wir kümmern uns da gleich mal um die. So, hier hoch. Da wieder eine dreckige Glocke. Die reinigen wir auch wieder. Wir stehen zu nah dran. Das ist halt auch so ein Ding in Sunshine. Irgendwie, wenn man zu nah an solchen Dingen dran steht, dann reinigen die sich irgendwie nicht mehr so gut. Weil, guck mal, jetzt geht's viel schneller. Ganz seltsam. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber komische Physik. Einfach seltsam. So, und das gibt noch eine Schein. Und die wird nach da unten. Ah, jetzt ergibt das auch Sinn. Okay. Ich dachte nämlich auch, dass die nach hier oben kommt, aber nein. Tut sie nicht. Dafür müssen wir nämlich hier rein. In dieses komische Bulli-Ding hier. Einmal hier unten durch. So, nach oben. Und schon haben wir die Schein. Sehr episch. Ich glaub, wir machen in dem Part sehr, sehr viele Scheins. Sehr, sehr nice. Gefällt mir. So, und jetzt kümmern wir uns um die große Schein aus dem Intro der Oberwelt. Die ihr jetzt hier sehen könnt. Piazza Delfino macht die Scheiße sauber. Das nervt mich schon seit Ewigkeiten. Aber wir hatten halt die Düsen noch nicht. Die haben wir ja erst kurz, nachdem wir Yoshi freigeschaltet haben, freigeschaltet. Oh Leute, das war aber ein Fail. Der Sprung. Was ist eigentlich hier drin gewesen? Ah, noch ein M. Okay. Nehmen wir mal mit, ne? Nehmen wir mal mit. Hier gibt es nämlich auch 30 Münzen, die wir holen müssen. 30 blaue. Und ich glaub, wir spielen auch gleich mal hier ein bisschen mit den Palmas. So heißen nämlich die Bewohner hier eigentlich. Und, ja, jetzt müssen wir hier einmal nicht hochspringen. Erstmal sauber machen. Das machen wir am besten von hier so ungefähr. Von unten ran. Das Ding dreht sich dann. Das dreht sich und dreht sich und dreht sich und wird immer sauberer, immer sauberer. Ja, von hier unten ist es echt scheiße, aber es ist halt das einzige, wo es halbwegs vernünftig geht. Einziges Spot. Und das gibt uns eine Shine. Ne, ich glaub tatsächlich, dadurch wird es hier ziemlich hell. Also auf der Oberwelt meine ich jetzt. So, hier ist nochmal was anderes. Das interessiert uns jetzt noch nicht. Epic. Hier gibt es nämlich noch eine andere Welt. Aber wie gesagt, das ist etwas für später. So, dann erledigen wir... Guck mal, das sieht doch viel schöner aus schon. So, dann erledigen wir jetzt die Spiele mit den Palmas. Und zwar gibt es hier auf der Karte einige Leute, die halt, ich sag mal, einen Auftrag für uns haben. Wie zum Beispiel diese Dame hier. Hallo, möchtest du gegen ein geringes Entgelt arbeiten? Ich geb dir auch überhaupt nicht Mindestlohn. Ich möchte, dass du mir Obst bringst. Mich für gelüstetes nach Bananen. Bring mir drei Stück. Einverstanden? Wirf das Obst hier in den Korb. Okay? Ja, natürlich machen wir das. Denn so kriegen wir blaue Münzen. Sehr praktisch, sehr episch. Und wir haben Glück, Bananen sind nämlich direkt hier hinten. Das heißt, kein großer Umweg. Wenn man hier direkt vom Markt klauen kann, dann ist das am praktischsten. Und dauert definitiv nicht so lange. Wie wenn wir jetzt irgendwo anders hin müssten, wo ist die scheiß Kack-Sachen... What the fuck? Wieder raus da. Wo ist die scheiß Kack-Sachen... Keine Ahnung, es ist da irgendwie an Bäumen gibt oder sowas. Das wäre nämlich doof. Wenn wir mal hier Kokosnüsse holen müssen oder sowas, die halt eben an diesen Palmen wachsen, das wäre scheiße. Dauert dann nämlich viel länger, als wenn wir einfach zum Markt gehen können und drei Bananen klauen. Sehr simpel. So, das wäre die zweite. Dafür springen wir dir erstmal auf den Kopf für den Mindestlohn. Mindest. Imagine man zahlt keinen Mindestlohn. Lost. So, zack. Das ist ja wirklich so. Also es gibt Leute, die sagen, Mindestlohn ist zu viel. Hm, ich glaube es auch. Naja, ja, Marsch. Mindestlohn ist viel zu wenig. So, und jetzt... Gönnt diese alte Schachtel. Danke, Schatzi. What the hell? Ach, das haben wir, glaube ich, schon gemacht. Lel. Habe ich vergessen. Ich bin dumm, tut mir leid. Egal, es gibt hier hinten auch nochmal so eine Geschichte. Mh, 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 mh. Dann haben wir halt jetzt einen Warner bekommen. Meine Fresse, halt als Beispiel. Oh, du möchtest du gegen ein geringes Entgelt arbeiten? So, Dieve, Aldeville, Ananas. Drei Stück. Okay. Einfach in den Korb. Jetzt müssen wir noch Basketball spielen. Was ist das denn hier? Ananas liegt nicht hier unten. Schade. Hoffentlich beim Markt. Äh, nein, nein, nein. Ah ja, hier. Oh, wobei, hier hinten gibt es auch noch die... Hier gibt es auch noch die Kokosnüsse. Und die komischen Stinkfrüchte, da gibt es auch noch. Ich weiß gar nicht, wie heißen die denn? Irgendwas mit D, glaube ich. So, trifft das? Nein, natürlich nicht. Kann ich nicht auch einfach da hochspringen? Ich glaube nicht, oder? Alter. Nö, es sieht nicht danach aus. Egal, dann stellen wir uns einfach in einer Linie hier. Und ich glaube, das hier ist eine ganz gute Markierung hier, oder? Dann müssen wir erst mal die richtige Markierung finden. Ich glaube, hier ist es gut, oder? Immer noch nicht, Alter. Willst du mich verarschen? Von der Seite? Auch nicht. Au. Komm, gönn mal jetzt hier. Jetzt hat er zur Seite geschmissen. Also, die Werfmissionen sind Schmutz. Das sage ich ehrlich, aber... Ist halt so, ne? Dankeschön. Au. Ach ja. Ich sag's, wie es ist. Das ist schon... Also, diese Hin- und Hergelaufreihen... Ja, geht manchmal auf den Sack, aber... Ist halt einfach so. Sunshine... Muss man mitleben. Gibt blaue Münzen. Gibt nice blaue Münzen. Können wir bitte hochgehen? Nö, natürlich nicht. Toll. Ja, perfekt. Hat sich richtig gelohnt. So, wieder hier hin. Stellt euch sonst aber ein bisschen näher dran. Aber nicht so nah, dass Mario hier wieder... Nur scheiße. Baut gucken wir uns das mal von der Seite an. Wie schmeißt der denn überhaupt? Ja, moin, Alter. Was tust du, Junge? What the fuck, Junge? Alter. Der Typ schmeißt das nach Afrika oder sowas. Was ist denn das? Ja, nicht so. Alter. Dankeschön. Ich hab keinen Bock, dass die Dinger despawnen oder sowas, wenn ich zu lange brauche. So, jetzt hier die letzte. So, komm, das wird jetzt hier Trickshot. Komm. Lol, wo ist das Ding hin? Alter, wo ist das Ding hin? What the fuck? Mario, geh da bitte hoch. Ich glaub, das Ding ist Trickshot ins Wasser und kaputt gegangen. Na gut, ist dann also Pech gehabt. Fail. Hol ich halt ne neue. Ja, es zählt halt auch zu den 100%. Das ist leider so. Zählt auch zu den 100%. Wir müssen die Bewohner hier glücklich machen. Finde ich ein bisschen unfair, weil wir ja eigentlich diejenigen sind, die hier zu Unrecht bestraft werden. Aber naja, gut, okay. Alter. Okay, das ist halt wirklich... Dieses Schmeißen ist halt wirklich scheiße. Man kann sich halt nicht mal irgendwie an eine gewisse Linie hier stellen. So imaginär. Und dann klappt das. Er schmeißt halt immer unterschiedlich. Das ist doch dumm. Komm schon, Mario. Yo, bitte mach's richtig. Ich glaub, das ist zu nah, oder? Nee? Oh, das hat nicht gereicht. Vielleicht hier mit Bande oder sowas? Ja, Leute, mit Bande. Nice. So, vielen Dank. Dankeschön. Darauf hab ich gewartet. So, und jetzt... Gehen wir einmal hier rein. Denn hier gibt es ein kleines Spiel. Hier kriegt man nämlich noch eine Schein dafür. Wartet mal. Okay, sehr gut. Aber warte mal, bevor... Warte mal. Warte, nein, nein, nein. Bevor du das machst, einmal kurz hier gucken, weil dieses Fenster hier sieht maximal sass aus. Gibt es hier irgendwo nicht eine... Hier gibt es auch irgendwo eine blaue Münze, glaube ich. Ich weiß noch nicht mehr, inwieweit... Warte mal. Inwieweit man hier irgendwas machen musste. Ist meine Vermutung richtig? Hier war... Ich glaube, hier war irgendwo auch in einem Fenster eine blaue Münze. Das weiß ich halt nicht mehr. Na, nee. Egal, dann nicht. Dann nehmen wir seine Herausforderung erstmal an. 30 Sekunden für alle Kisten. Sollten wir doch schaffen, oder? Zerbrich alle Kisten binnen 30 Sekunden und du gewinnst. Versuch starten. Ja. So, sehr gut. Wir nehmen hier mal zwei mit. Sehr praktisch. So. Zack. Fertig. 16 Sekunden gebraucht. Äh, 14 Sekunden gebraucht. Lol. 16 noch übrig. Das war großartig. Du bist der Beste. Das gibt nämlich noch eine Schein. So, ihr seht schon, hier ist einiges auf der Oberwelt versteckt. Wirklich einiges. Und es wird immer besser. Es wird immer besser. Ja, jetzt kümmern wir uns nochmal um einen Bewohner. Der ist, glaube ich, hier hinten irgendwo auf einer Insel. Genau, da hinten. Ja, so nicht. Hier hinten auf dieser Insel. Chillt nämlich auch nochmal jemand. Und dieser jemand möchte unbedingt Sachen haben. Genau wie die anderen. Ich hoffe mal, es sind Kokosnüsse, weil die wachsen da oben an dem Baum. Es wäre sehr geil, wenn es Kokosnüsse wären. Bitte. Ja, Kokosnüsse. Episch. Episch. Das heißt also direkt die da oben. Nicht ins Wasser fallen lassen. Nicht ins Wasser. Ah, Mann. Also die spawnen aber auch immer wieder, also keine Sorge. Wirklich nur ganz kurz da ran. Weil sonst, ja, fliegen die halt wirklich komplett weg. Also die fliegen wirklich, wenn ihr da nicht nur einmal ganz kurz nur dran drückt an den Spritzknopf, dann fliegen die wirklich wieder nach Indien und das wollt ihr nicht. Glaubt mir. So. Geht auch relativ schnell hier. Ja, das war zum Beispiel schon so doll. So kannst du auch direkt in den Korb fallen. Das würde mir nichts ausmachen. So. Und schon glücklich. Dann gib mir auch bitte die blaue Münze dafür. Sehr episch. Okay. Ich glaube tatsächlich, das war es im Großen und Ganzen. Oder? Ne, warte mal. Eine kleine Sache fällt mir noch ein. Was heißt klein? Also klein ist was anderes. Hier unten. Aber mir fallen zwei Sachen ein. Hier unten hört ja auch noch eine Schein. Die holen wir jetzt auch nochmal. Dazu brauchen wir die Raketendüse. Denn mithilfe der Raketendüse können wir uns dort unten in dieses kleine Loch reinschießen. So, die Schein hier haben wir ja im letzten oder vorletzten Part geholt. So, das seht ihr schon. Die ist grau. Wenn man das sehen kann. Ne? Ausgegraut. Oder blau. Keine Ahnung. So, aber hier unten. Hier gibt es diese Münze. Und hier ist ebenfalls noch etwas. Ja, Belasto. Denn dieses Ding hier ist wahrscheinlich das meist gehassteste und verpackteste Spielgerät, was wir hier gesehen haben. Es ist ein Flipper mit roten Münzen. Ein Flipper mit fucking roten Münzen. Leute, ich sehe gerade, ich habe eine nicht bekommen. Ihr könnt auch ganz sterben in diesem Ding. Deswegen. Ja, ihr seht auch, dass. What the fuck? Es ist gewittert. Aber sowas war gerade draußen bei mir. Hat man das gehört? Ist ja gestört. Ihr könnt ja auch nicht irgendwie betrügen oder sowas. Das ist ziemlich scheiße. Ihr habt auch gesehen, die Stampfattacke hat nicht funktioniert. Ich bin trotzdem weiter geflogen. Ja, das ist halt echt krank hier. Und jetzt bin ich zum Beispiel tot. Jetzt bin ich zum Beispiel tot. Toll, ne? Ich weiß nicht. Also, ich feiere das Ding gar nicht. Haben wir jetzt die... Nein, haben wir nicht. Scheiße. Ich glaube, wir können nämlich auch mit der normalen Düse hier irgendwie reinkommen. Aua, toll. Ich glaube, wir können auch mit der normalen Schwebedüsie hier reinkommen, aber das weiß ich gerade nicht. Ich glaube, wenn wir das vom Boot aus mit Wandspringen machen, ich glaube, dann geht das auch. Dann können wir vielleicht uns irgendwie darauf einigen, dass wir nicht sterben oder so. Ja, toll. Alter. Das ist halt wirklich absolut unfair. Du kannst hier nichts kontrollieren. Du kannst nichts kontrollieren. Das ist random. Ich bin komplett random. Und jetzt verliere ich meine ganzen mühsamen, erarbeiteten Leben damit, dass ich hier die ganze Zeit verrecke. Wir sind einfach dadurch gestorben, dass wir hinten rausgegangen sind. Toll. Aus dem Ausgang, der eigentlich auch gewollt ist. Toll. Ich liebe dieses Spiel. Es ist so toll. Also, wenn ihr hier irgendwie Rage sehen wollt, dann wirklich perfekte Welt hier. Perfekte Welt ist hier. Können wir uns das hier ercheaten? Bitte. Nein, kann man nicht, oder? Bitte, 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 lass uns mich ercheaten. Bitte, 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 lass uns mich ercheaten. Ich will nämlich da nicht rein. Bitte lass uns mich doch ercheaten. Okay, man kriegt das nicht geschissen, oder? Nee, kriegt man nicht. Vergiss es. Vergiss es. Na, 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 na. Ah, lol. Ja, natürlich. Jetzt schaffe ich das. Hm, klar. Unten fehlt noch. Unten ist halt wirklich das Asozialste, weil da ist halt direkt der Tod. So, und Mario backt hier auch ganz komisch irgendwie durch die Gegend. Alter. The fuck. Dass hier hinten noch kein Glas ist, verstehe ich nicht. Dass man hier da... Ne? Dass man da nicht irgendwie rausfällt. Aber nein, da ist halt trotzdem irgendwie kein Glas. Wie... Scheiße, ist das da bitte gemacht? Oh Gott. Krank. Wir haben was geschafft. Ich würde jetzt gerne ein Savey machen, aber ich mache keine Save-States. Ja, das war falsch. No. Fail. Ich muss mich hier auch echt ein bisschen konzentrieren, auch wenn man hier eigentlich gar nichts machen kann. Was irgendwie weird ist. Ja, komm, 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 komm. Yes. Oh mein Gott, komm, schon können wir uns den hier nicht einfach gönnen, bitte. Gön, 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 gön. Oh nein. Gön, 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 bitte, bitte. Yes. Oh mein Gott. Aber wir müssen noch in die Mitte kommen. Das ist Rotz. Das ist richtig Rotz. Hoffen wir mal, dass wir es hinscheißen, genau, hinkriegen. Schissen kriegen. Ja, tun wir, oder? Jawohl. 50. Sehr episch. Meine Fresse, ey. Dieser komische Flipper, ich sag's euch. Tod. Der ist wirklich, das ist der Todesflipper. Also ihr habt gesehen, wie verbuggt der ist und wie unnütz teilweise. Ganz schrecklich. Ganz, ganz schrecklich. So, eine kleine Sache guck ich noch nach und dann würde ich sagen, war's das für diesen Part? Denn die anderen, weil ich hab keinen Bock, dass halt wegen dem Gewitter jetzt irgendwie, gleich irgendwie Blitz einschlägt und dann meine ganzen Sachen aus sind. Das wär Schmutz. Und dann ist der Part weg. Äh, was ich sagen wollte, ist, dass ich nochmal hier nachgucken wollte, auch wegen den anderen Parts, wollte ich sagen, ah ja, hier gibt's tatsächlich noch einen, einen kleinen Vogel mit einer Schein. Denn, dieser goldene Vogel dort oben, wie ihr schon sehen könnt, es gibt keine gelben oder goldenen Vögel eigentlich. Wisst ihr ja, es gibt nur die blauen oder die grünen. Und, ihr seht auch hier, dass man hier etwas mit Yoshi freischalten muss. Ja, das machen wir auch noch, keine Sorge. Wenn ich den jetzt mal irgendwann kriegen würde, den Scheißvogel. Junge, Junge, jetzt hab ich ihn erwischt einmal. Ja, komm, gehen wir ein zweites Mal. Äh, was ich sagen wollte, die Parts sind ja schon relativ, ach du Scheiße, sind ja schon relativ lang gewesen in den letzten, bei den letzten Malen. Jetzt sind's, glaub ich, mal wieder so 20 Minuten. Schon okay, oder? Mal wieder. Schon okay, würde ich sagen. So, da unten gibt's auch noch eine blaue Münze. Äh, jetzt muss ich aber hier wieder hochkommen. Ja, toll. Wenn es nicht klappt, dann ist Scheiße. Dadadadada, dadadadada. Hm, 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 hm. Warum holst du nicht die Schwebedüse? Weil ich nicht will. Ah, gut, ich will doch. Aber erstmal will ich das hier kaputt machen, denn hier gibt's eine blaue Münze. Was ich sagte, was ich sagte. So, hol ich jetzt einmal kurz die Düse dafür. Dann war's das aber, wie gesagt. Dann haben wir eigentlich relativ viel geschafft, würde ich sagen, oder? Das ist einer der erfolgreichsten Parts, glaub ich, gewesen mitunter. Oder wir holen direkt die Düse hier. Das geht natürlich auch. Gehen wir bitte die Düse. Also, wir werden schneller. Mal kurz in die Möwen rein. So muss das. So, zack, hier hoch. So. Und wo ist denn die Schein? Äh, da vorne. Okay. Und hier in diese Röhre müssen wir auch noch rein. Oder, nee, da waren wir schon. Lol. Da waren wir ja schon. So, das war's jetzt aber wieder. Von Mario Sunshine. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn nicht, dann tut's mir leid. Und wenn doch, dann freue ich mich gerne über einen Kommi. Und einen Daumen nach oben, wenn euch das nichts ausmacht. Und gern noch ein Abo, wenn ihr neu seid. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns dann wieder in Mario Sunshine. Bis dann. Und ciao.